Im ersten Lode habe ich nämlich die Bar da, ja. Ja. Hab ich schon aktiv gespielt? Los! Ja, eh. Auch wenn sie am Boden liegt. Ich finde, die hat weniger Rückschlüsse als DSPG. Norbert! Ja, logisch, weil sie einzuschützt ist. Norbert! Die Bar ist nicht einzuschützt. Norbert, das Verb, das Verb Norden, ist jetzt offiziell in Kuhn angetragen. Das Gas willst du nicht einatmen! Stoße zur Sicherheit! Zu oder vor! Geldlieferung im Anflug! Abfangen und die Fracht beschlagnahmen! Hamsternauftrag! Bewegung! Ich muss ehrlich sagen, ich finde es dumm, dass Flugzeuge respawnen. Die respawnen? Ich glaube, das ist die respawnen, ja? Ich meine, nein, ich wollte die gelesen zu haben. Na, Alter. Warum geht das denn eigentlich nicht? Warum? Weil ich die Pappen voll hab. Da neben dem Penis aus dem Wohnen. Und hat Daniel, ja. Was ist das? Und hat Daniel einen Penis, oder wie? Mahlzeit! Das sind Details, die wollen wir nicht wissen. Döse alle Ziele! Los! Danke, dass du mir das erzählt hast. Dominik, keiner ist ja nicht da. Hehehehe! Okay! Aber ich habe eine Brezi! Eine Brezel? Ja! Ich komme, ich muss nur was machen. Was musst du machen? Wir müssen jetzt vor wen gehen. Ich mache, ich vergesse. Der ist unten. Feindliche Zone ist aktiv! Hilfe! Ich gehe auch. Wohin? Ich nehme das siebste, der Flugzeug. Alter! Fliegen wir, du! Alter, was ist mit dir los? Ah ja, stimmt. Das ist recht. Und das ist, weißt du, ungewohnt irgendwie. Ich kann fliegen! Oh, bei Norbert sind direkt drei Gegner. Norbert in deinem Haus, den Gegner! Alle Spd sind auch Gegner drinnen. Ja, die machen gerade den Kobold bei mir. Allein. Wir sind wieder ausgestiegen. Ich wollte es nochmal testen. Ich fliege das Ding nicht. Ich kann das nicht. Ja. Wir müssen die Sicherheitszone erreichen. Der ist direkt vor dir gewesen, Alice. Stark. Bei mir, Alice. Feindliche Drohne ist aktiv. Und hier oben? Ja, hat sie übrig. Okay. Aber ich meine, so kann man Feinde auch anlogen, scheinbar. Ist du draus noch alt? Ich höre es jetzt aktuell gar nicht. Ich bin aber im obersten Stockwerk noch. Hat er den Kobold aber fertig gemacht? Ja, gell? Ja, und durch ihn jetzt nimmer. Aber oben war komischerweise kein Kobold. Man muss ja nicht immer oben sein. Bist du schon oben? Wie viele Kobolder willst du noch oben? Ich werde sie übergehen? Ja, ich auch. Na, Totenstelle aktiviert? Kommt sie zu Hilfe? Sie sind im hinteren Raum. Da ist ein LMB. Ich habe es mir anders. Da ist ein LMB. Ich habe es mir anders. Da ist ein LMB. Oh, das ist wieder mitgelesen. Wo warst'n du jetzt eigentlich? Hier oben. Ich habe auch geschossen. Von oben. Splittergranate geworfen. Feindliches Team verfolgt deine Position. Ich war ein Team, ich war ein Team scheinbar. Die wurde in den Gulag geschickt und kämpft um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Weil der war unten. Wenn der oben war, wie kann der unten sein? Das war eine O. Der ist runtergelaufen. Okay. Genau. Und ich bin da ganz hinten gewesen. Ja, aber ich sagte nicht, komm rauf. Ja, mit Totenstille. Darum bin ich ein bisschen weiter weg. Ähm. Ich bin nicht da noch. Warum hat Norbert rechts? Wie gesagt, so habe ich für mich. Hättest du ein bisschen jetzt rausgehalten, wenn du Toten schlürst. Ich habe mich rausgehalten, ich schieße gar nicht auf ihn. Nein, geschossen habe ich schon auf ihn. Aber von weiter hinten dann. Aber trotzdem schaust du nicht. Oh ja, geht's habe ich ihm gegeben. Du darfst dich nicht verlassen, dass Norbert ist. Alter. Norbert, ich will uns das nicht fallen lassen. Aber wenns denn du da? Gegner bei dir das? Nein. Nein. Achso, das ist ein schwieriges Flugzeug. Die werden ich, glaube ich, noch lange. Danke, wir werden. Oh. Kampo. So, schupp. Achso, bist du da. Lust. Ja. Das ist wirklich lust. Erdke Norbert. Stimmt. Den Christum wollte ich machen, ne? Was wolltest du machen? Den Christum willst du machen. Kampo. Na, na, na. Ja, ein Sturmgewehr. Muss man da im Christum stehen bleiben? Ja. Ja. Und wie mehr Leute es können stehen, dass du schneller gehst, oder wie? Ich weiß nicht. Ja, warum verpfiffst du dich dann, Alter? Dann weiß ich nicht, wie der Rampo wiederkommt. Ja, ja. Wie fühlst du das auf der UNA hat, den Christum? Ja, ja. Da kann ich nicht, wie der Rampo. Wenn du nicht so machst, das sind 100 Prozent. Da bin ich woher nicht grob, ne? Mann. Woher da? Selbst zumal, frabe ich. Verbündete Drohne in der Luft. Stürmern wir sie auf. Wir haben einen fahrbaren Untersatz. Woher da ist denn welche? Woher da fertig? Luftangriff. Ziele markiert. Anfrage erhalten. Oh, die Drohne kommt. Oh, die Drohne kommt, oder? Ja. Und noch viel Loft ist. Er hat den Flachgeschlag gerade auf uns geprüst. Ich hab nicht gesehen, dass die Drohne kommt. Ich wollte zumindest einen uns vernichten. Feindlich der Verfolger abgeschüttet. Hey, ich habe ihn mit dem Luftrecht. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Schießt du? Nein. Ich weiß aber nicht, was der macht. Da bleibt im Elkewehr, wo sitzt du? Links nehmen wir unsere Aufrechter. Jetzt wieder. Na ja. Oh, da ist nur was weg, oder? Ach so. Die Zone, ja, ja. Noch viel schlimmer finde ich, wie weit unsere Kiste weg ist, oder? Die liegen immer in der Zone jetzt. Am Zonenrand meistens. Da ganz hinten sind sie. Ziele auf Infanterie. Ich hab's nicht... Oh, da ist ein LKW vor uns. Okay. Mit Geschütz, aber nicht Arterriegeschütz. Ah, ich seh's. Ja, jetzt fahr da. Da kommt irgendwas runter rechts, was ist das? So eine Kiste. Ach so, stimmt. Er würde wahrscheinlich sofort die Kiste fahren, oder? Anzunehmen. Ich hab einfach zu wenig Geld, leider. Ich könnte niemanden holen. Das Gras, rein, ist weg aus. Jetzt holt uns der Krampus. Weiter. Weiter. Feindlich, denn Drohne ist aktiv. Da bündet der Präsidionsflugschlag auf. Achtung! Kleiner Madre-Fuck, Alter. Na, du hast die Präsidio auf dem... ...auf dem Campus. Hast du noch so oft? Ja, ich hab was so oft. Da bündet der Präsidio. Oh nein. Na, du hast die Präsidio dazu. Das ist die Präsidio. Oh nein. Ja... Ich hab kein Schalldämms auf meiner MP, danke! Woah! Da ist alles gut! Stark! Verlegt doch selbst, genau! Da kommt das Auto! Ja, da kommt das Auto! Ja, ja! Ah, schieb durch! Einer ist in dem Haus da drüben! Letzter Wegpunkt! Ziel für Luftschlag markiert! Vier Phönix 3, Schlag unterwegs! Schau! Mach keinen Sinn, glaube ich! Wenn ich sag dir, er ist dort, vielleicht locke ich ihn so aus! Warum solltest du ihn aus mit deinem PC locken? Der Feind lebt noch! Wiederhole! Feind lebt noch! Lege unser Ziel fest! Da muss ich gleich kommen! Ich hab die linke Seite im Blick! Meine die rechte Seite im Blick, ich hab keine Lieblings raus! Jaja, ich hab die rechte! Ich hab da auch recht! Setze einen Sammelpunkt! Er ist direkt runter! Gut! Stark! Und jemand hat... Oh, Sniper! Alex, hast du hier? Ja! Neue Sicherheitszone wird markiert! Zehn durch ihn aber nicht! Er war da beim Haus gerade! Flussverkauf! Heise der Vorratsstationen wurden angepasst! Eis! Ja! Zehn schon! Zehn mit des Nachtarts! Jetzt hätten wir einen Dreh zu brauchen! Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt! Achtung! Zehn, wir brennen links weg! Stop! Den hinterm Standort oben hab ich gecrackt! Feindliche Drohne ist aktiv! Setze nicht hoch! Ah! Hinter uns kommen auch welche! Setze weg! Ja! Einer ist genockt! Der heilt sich! Wie kannst du den nicht setzen, Mordert? Der aber die... Der andere ist da hinten mit dem Stein, wo die Markierung war! Aber den hab ich finishen müssen, da hab ich gesehen, der setzt sich die Spritze! Ey, aber du hast halt Sitz in den Boden gebracht! Der ist weg! Stark! Ich brauch Munition unbedingt! Der Sniper! Ich brauch Munition, keine Sniper-Munition! Ja, warte mal, Munitionkiste hab ich dann mit! Ja, dann grob sie! Ich hab keinen Schuss! Ich habe Munition für dich! Ich weiß? Das war wieder normal! Hast du getroffen? Ja! Wo? Feindliche Drohne ist aktiv! Markieren, Robert! Dann lassen wir alles! Ich wollt's mal... Ich hab... Ich wollt's... Ich geh da klar... Den Berg da mal hoch! Gut spielen, die Jungs! Ich hab' beschossen! Von links irgendwo? Ja, das ist noch irgendwo ein Sniper-Links! Feindliche Drohne ist aktiv! Steuer auf Riffwassernicht! Bist du da bei so einem Gehörder? Ich brauch' meinen Schuss verkauf oder? Ja, der ist eh schon vorbei! Nein, die Zone ist noch nicht zu Ende! Das hab ich sogar, ich mich schon gemerkt! Der Schussverkauf ist vorbei, aber er ist noch möglich! Ja, aber dann ist er nicht vorbei! Ja! Dann geht's, die Anzeige ist vorbei! So! Feindliche Drohne ist aktiv! Fehler auf Riffwassernicht! Starr, oder? Krass. Was noch? Ich hab keinen Kill dafür bekommen. So, verlieben. Na, weil einer war genockt. Schon bevor du den genockt hast. Nee, ich hab auf den geschossen. Dann ist er genockt gewesen. Ich dachte, das ist mein Kill. Aber dann hab ich noch jemand geschossen. Ja. Da landet ihn genau bei mir. Ja, da oben am Berg. Ja, da oben am Berg. Die Position vorrücken. Erst hinten raus, glaub ich. Ja. Ich wollte ihn finischen. Ich wollte ihn finischen. Du Arschgeige. Sorry. Aber eh, ist schon genug, Alter. Ich hab's aber nicht gesehen, die Tür war zu. Sorry. Okay. Ist doch Zeit, ja. Bei meiner WKB-Fahrer vorhin auch noch einen Gegner, den ich markiert hab bei der WKB. Zwei raus, Peter, links. Gezoffen! Ja. Ich muss nachlanden. Vom Berg, oder was? Ja. Ich setze einen Sammelpunkt. Stark auf ihn schon, Norbert. Du hast das gut gemacht. Du hast nämlich gleich geschossen. Hoffen wir ihn leider nicht. Ist egal, aber du hast ihn abgelenkt. Der hat dann aber aufgehört zum Schießen. Gehen wir links hoch? Ja, ja. Das kann ja kaum mehr zu links. Ich bin gesnappt. Ich bin von direkt. Kannst du runterkommen? Nein, nein, nicht die Deckung. Das Gas breitet sich aus. Ich glaub, der ist runtergegangen, Alex. Wo gehört? Ich muss hier was einstecken. Man. Norbert, du bist urlos, was du gerade wieder machst. So was mach ich. Ja, du legst dich irgendwo hin, wo er dich sieht, Norbert. Er sieht uns. Über uns, über uns. Kontakt! Hab ich gekillt? Das war jetzt ein Todesurteil, der Trottel. Ja. Ich hab keine Platte mehr. Also, wenn man anders an euch Platte... Ja, ich hab ein paar Taschen. Mal ein paar Taschen. Mal ein paar Taschen. Da. Da ist auch noch Platte. Ich habe Geld gefunden. Wow. Der ist los. Der ist immer noch da. Der ist immer noch da. Der ist in der Tone. Ja, stark. Shop konnten wir halt wieder nicht. Shop ist nicht so unbedingt, momentan. Aber ich hab das Gefühl, dass hier viel mehr Action ist, als wenn wer da ans Ging will. Ja. Markiere Händler. Also Norbert hat am Anfang gesagt, das ist viel viel schneller. Feindliche Drohne entlang. Am Anfang hab ich gedacht, na, finde ich nicht so. Jetzt gehen wir uns wieder für dich voran. Ich spring nicht so. Ah, okay. Ich bin jetzt nicht runtergesprungen. Ich hab das Ganze langsam angehlt. Ich auch nicht jetzt. Wurscht. Da sterb ich halt im Notfall. Na, jetzt hab ich Blick auf dich. Komm! Naja. Sniper unter dir. Unter Dominik. Sniper. Der Sniper ist tot. Nein, in der Tone. Ich hol mich aber. Ersten, rein. Hol dich. Scheiße. Komm runter jetzt. Ich muss runter jetzt, da rein. Alter. Noch einer tot. Alter, ich hatte aber noch von ihm gehandelt, dass du da hast. Vom Berging durch. Da sind schon wieder zwei Teams, unglaublich. Und dort, Alex, ist einer. Zur Zielposition vorrücken. Oben, aber nicht gleich. Alter, noch eine andere, irgendwie. Schade. Schade. Noch eine andere. Ja, ich was? Ja, rechts. Dann hat jemand auch noch geschossen vom Berge runter. Ja. Da waren wir zu viel. Schade.